Thomas, das mögen wir dann doch nicht. Es soll ja dann, wenn es geht, berufsfrei sein. Wir sind soweit. Wir sind alle in der Fernsposition. Dann hau mal rein. Wir wollen mal schauen, was hierbei auskommt. Ach, du Scheiße, ey! 170,4 in der Autobahn, der kleine Scheiße. Glaubst du es denn? 53,2 vorne, der ist ja ganz gut da drauf. Der kleinste Typ. Wie ist das, wie ist der denn, Irre? 170,4. Der hat ja jetzt alles da hinten schon. Der erste Mal vom Publikum riechen Applaus dafür. Das ist ja der Hammer hier. Glaubst du es denn? Ja, der ist genauso nicht gut. Der kritzt mir noch nicht gut, der hier. Ja, das ist ja wohl klar. Der ist ja jetzt ganz schön da schwach. Da sieht man schon bei einer 170, ne? Das ist schon selten. Ich sag mal, was ist das großartig? Ist das etwas oder? Oh, ich può mal. Und ich passive nicht,